Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte in diesem Video ein paar Online-Shops mit dir durchgehen und die einfach mal analysieren und dir einfach mal mitteilen, was man da verbessern kann, sodass du das einfach für dich mal mitnehmen kannst, sodass du dann einfach selber weißt, worauf du generell achten musst, wenn du so einen Online-Shop aufbaust. Ja, also ich habe hier auch ein paar Shops zugeschickt bekommen. Der eine oder andere ist jetzt auch aus der Community dabei. Ich hatte bei Instagram nachgefragt, ob generell jemand Lust hat auf eine Analyse von seinem Online-Shop und da wird dann auch der eine oder andere Shop dabei sein. Grundsätzlich können wir jetzt einfach mal rein starten in das Ganze. Wir sind jetzt hier auf einer Seite, Elora Bag. Hier geht es quasi um eine Tasche. Was mir hier erstmal negativ auffällt, ist der graue Hintergrund. Der graue Hintergrund sieht tatsächlich nicht so gut aus. Ich würde es dann eher weiß halten und hier sehe ich jetzt zum Beispiel auch sofort, dass die Bewertungen nicht richtig hier in der Reihe sind. Also ich würde eher empfehlen, die Bewertungen ja nicht hier oben hinzupacken. Also es passt auf jeden Fall überhaupt nicht, sondern die hier unter den Titel. Ja, zum Beispiel einfach unter den Titel packen oder hier unter diesen Text. Aber hier irgendwo wäre dann eigentlich so der richtige Ort für diese Bewertungen. Dieser Name All-in-One, weiß ich nicht, der ist ein bisschen lame. Also man könnte eher den Namen so wählen, als würde es sich so anhören, als wäre es eine Brand. Ja, also zum Beispiel würde es reichen, wenn man einfach den Brand-Namen vorher noch mit dazu packt. Ja, also das hört sich dann auf jeden Fall ein bisschen runder an, die ganze Geschichte. Und wenn wir jetzt hier so die Farben anschauen, das sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Also wir haben jetzt hier oben haben wir so Lachsfarben und hier haben wir dann so einen rosa. Das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Hier haben wir dann nämlich dann nochmal ein Gelb von diesem Paypal-Button. Also das würde ich mir dann auf jeden Fall nochmal überlegen und ja maximal da mit zwei Farben arbeiten. Ja, weil das sonst ein bisschen zu bunt wird, das Ganze. Es sieht dann einfach nicht so gut aus. Von daher, ja, das ist jetzt hier nicht so gut gelöst. Ansonsten sind hier jetzt noch so ein paar Highlights, die hier stehen. Das kann man so machen. Da spricht absolut nichts gegen. Wenn ich jetzt hier oben bin, dann sehe ich zum Beispiel hier, dass es inklusive Mehrwertsteuer ist. Hier unten sehe ich jetzt aber, dass der Versand auch kostenlos ist. Das könnte man auch hier oben direkt mit reinschreiben, dass der Versand kostenlos ist, sodass man das dann direkt auf einen Blick hat. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, was mir jetzt hier auffällt, hier steht Color. Also auf Englisch und nicht Farbe kann ein Conversion Killer sein. Also hier würde ich dann auf jeden Fall das deutsche Wort dann verwenden. Und hier dann vielleicht auch. Also wenn man in den Dachraum verkauft und jetzt nicht irgendwie eine super junge Zielgruppe hat, dann sollte man schon deutsche Begriffe verwenden und keine englischen. Wenn wir jetzt hier sind, hier grundsätzlich würde ich diesen dynamischen Checkout-Button auf jeden Fall entfernen, sodass man nur den Warenkorb-Button hat. Also den würde ich hier nicht nutzen. Und ja, das kann man hier so machen mit diesen Icons hier. Das ist jetzt nicht super negativ, aber ich würde hier eher mit aufklappbaren oder einklappbaren Reihen arbeiten. Und innerhalb dieser einklappbaren Reihen würde ich dann diese Sachen hier nochmal erklären. Ja, also das sind diese Reiter quasi, wo man hier draufklicken kann. Das sieht dann auch, ist dann einfach besser konsolidiert. Und dann sieht man einfach auch auf einen Blick, ja, was das Ganze denn überhaupt bedeutet. Was heißt denn überhaupt Zufriedenheitsgarantie? Also was bringt die mir jetzt? Das könnte man dann nochmal beschreiben. Wenn wir uns jetzt die Bilder angucken, ja, das ist halt ein Fehler, den ich auch wirklich sehr, sehr oft sehe. Das sind typische AliExpress-Bilder, die einfach nicht wirklich selber bearbeitet wurden. Hier sehen wir jetzt dann, also hier sieht man das ja dann auch nochmal an der asiatischen Person, dass es dann auch von AliExpress sehr wahrscheinlich ist. Das würde ich dir einfach nicht empfehlen. Ja, das hat dann zu viel AliExpress-Touch und das fällt dann einfach negativ auf. Also hier sehen wir auch, hier wurde sich einfach keine Mühe gegeben mit eigenem Content. Hier wurde einfach dann Content genommen von diesen Plattformen. Also man kann den Content nehmen, man sollte den aber so bearbeiten, den Content, dass das Ganze auch individueller aussieht. Man kann ja auch selber mit Schriften arbeiten, zum Beispiel ein Tool, was ich immer empfehle, ist Canva. Bei Canva kann man das super gut gestalten, ja, man könnte zum Beispiel dieses Bild hier nehmen und dann drumherum einfach so ein paar Vorteile nennen. Und dann würde das Bild auch schon viel, viel besser ausschauen, ne. Von daher bei den Bildern, Leute, da habt ihr wirklich super viele Möglichkeiten alleine mit Canva das Ganze zu verbessern und das sollte man dann auch nutzen. Ja, man sollte nicht einfach nur Copy-Paste machen, schnell, 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 weil das bringt am Ende nichts. Du möchtest ja auch was verkaufen und da ist es einfach wichtig, dass du vor allem dir auch mal ein bisschen Mühe gibst. Ja, und das sieht man dann auch sofort bei den Bildern, ob man sich Mühe gegeben hat oder nicht. Ja, also hebt euch ab, hebt euch ab von dem Rest, weil sonst werdet ihr nichts verkaufen. So, wenn wir jetzt das angucken, das ist auch ein Fehler, den sehe ich wirklich sehr, sehr oft. Es ist ein langer Text, ein sehr langer Text, ja, und die Leute heutzutage, die haben einfach keine Lust, sich lange Texte durchzulesen. Ja, die Leute, die möchten, ihr kennt das selber, ja, also man ist auf TikTok, man wird da, man hat da ganz viele Kurzvideos, man hat in diesen kurzen Videos sehr viele Informationen und da hat man mit dieser kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die man einfach heutzutage hat, da möchte man nicht unbedingt jetzt noch so einen langen Text haben, jetzt hier und den durchlesen. Das wird keiner lesen, ja, von daher wichtig ist hier, man kann hier so Bullet-Points verwenden, ja, wo man dann zum Beispiel hier drei Bullet-Points hat und dann kurz und knapp die Vorteile erklärt oder man schreibt nur ein, zwei Sätze, ja. Das reicht dann aber auch vollkommen aus, mehr muss man gar nicht schreiben, wahrscheinlich wiederholt sich dann hier auch vieles, von daher, da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein, ja, generell, sage ich mal, von der Struktur ist es hier einfach wichtiger, sich kurz zu halten, man kann auch mit GIFs arbeiten, wo man in einem GIF beispielsweise sehr gut das Produkt darstellen könnte, sehr gut zeigen könnte, wie es funktioniert, aber das, so dieser Text, der geht nicht. Hier wieder dasselbe, ne, wie ich gesagt habe, lieber ein paar Bullet-Points und kurz fassen, damit die Leute wenigstens den Anreiz haben, das durchzulesen. Ja, genau, also hier so ein Text, das ist schon eher in Ordnung, das liest man dann schnell, ja, aber die beiden, die sind definitiv hier zu lang. So, jetzt haben wir hier noch häufig gestellte Fragen, hier, das ist eigentlich das Farb, mit dem Farbsthema, was ich meine, das passt irgendwo auch nicht zusammen, ja, so designtechnisch ist es schon einfach ein bisschen komisch hier, hier haben wir nämlich jetzt einen Button, der hat einen anderen Ton als hier diese, dieser, ja, dieser Lackston und wie gesagt, hier oben hat man dann nochmal diesen Button, wo dann auch die Schrift blau ist, ne, hier ist es dann rot, also das passt nicht wirklich zusammen. Schaut bitte, dass ihr Farben verwendet, sodass das Ganze wirklich aussieht wie eine coole Brand, dass es minimalistisch ist, ja, nicht zu wild, keine wilden Farbkombinationen und dann passt es auch, auch nicht, ja, so, hier sind jetzt häufig gestellte Fragen, aus welchem Material, separates Trockenfach, kann ich die Tasche von jetzt verwenden und hier kann man sehr gut immer Einwände lösen, generell in eurer Produktbeschreibung solltet ihr einfach Einwände lösen von dem Kunden, das heißt, welchen Einwand könnte der Kunde haben, was könnte den Kunden stören an solchen Taschen oder generell an Taschen, wenn er Taschen kauft, ja, was könnten wir besser machen oder was könnte diese Tasche für Vorteile haben, die andere nicht haben und das finde ich, kann man dann auch gut in diesen, häufig gestellten Fragen lösen, das heißt, man könnte schauen, recherchieren, was denn Leuten wichtig ist und diese wichtigen Sachen könnte man halt hier mit aufführen, sodass diese wichtigen Fragen auch beantwortet werden, ja, das sind dann meistens einfach produktspezifische Sachen, ja, zum Beispiel kann man die Tasche überhaupt waschen oder so oder, ja, kann man die Räder auch ersetzen, gibt es Ersatzräder, wenn eins kaputt geht und so weiter, also da gibt es einfach viele Fragen, die man sich vielleicht stellen könnte und wenn ihr das gut beantwortet und auch gut löst, ja, beziehungsweise wenn der Kunde alle Fragen beantwortet bekommt, dann wird er auch sehr wahrscheinlich kaufen, wenn ihr aber einen Kunden habt, der eine Frage hat, die nicht beantwortet wurde, dann kann es sein, dass der dann einfach unsicher ist und dann einfach das Produkt nicht kauft. Von daher, da auf jeden Fall recherchieren in der Zielgruppe, was da für Fragen immer wieder aufkommen, ja. So, hier haben wir jetzt nochmal Bewertungen, ja, ist in Ordnung, hier, wie gesagt, mit den Farben, das kann man vielleicht, ja, noch ein bisschen kontrastreicher machen, aber das geht soweit in Ordnung, ja, es gibt viele verschiedene Bewertungstools, da kann man sich einfach eins aussuchen, ja, solange das gut ausschaut vom Design her, passt das soweit. So, grundsätzlich, ja, sind hier, wenn wir uns jetzt die Struktur nochmal anschauen, haben wir hier generell den Header mit ein paar Vorteilen, wir haben hier, wie gesagt, einfach nur ein paar Texte mit Bildern und das war es dann auch. Ja, was mir hier fehlt, ist auch generell Social Proof, ja, also warum sollte ich denn jetzt diesem Shop vertrauen, wegen diesen Bewertungen eher nicht, ja, also Bewertungen grundsätzlich, das wissen jetzt auch schon die meisten Leute, das heißt jetzt nicht, dass der Shop unbedingt mega, ja, mega vertrauenswürdig sein muss, ja, viele Leute wissen, dass man Bewertungen selber schreiben kann, was viel besser ist, wenn man irgendwie glückliche Kunden zeigt, ja, glückliche Kunden mit der Tasche, wenn man irgendwie zeigt, hey, wir haben schon so und so viele Kunden, die zufrieden und glücklich sind, ja, sowas, also einfach Gesichter zeigen, sich selbst vielleicht zeigen, ja, sagen, hey, ich bin der Gründer, ich stehe hinter dieser Marke oder hey, du kaufst quasi bei mir, ja, so dass man sich selbst dann auch nochmal zeigt, das muss man nicht machen, wie gesagt, man kann auch mit Kunden arbeiten oder generell mit solchen Daten, ja, wie beliebt dieses Produkt ist, so dass man da einfach Vertrauen gewinnt, weil Leute kaufen gerne Sachen, die schon beliebt sind oder Leute kaufen halt gerne auf Empfehlungen anderer, ja, und diese Empfehlung kann ich jetzt halt hier nicht erkennen, das heißt, wir haben hier sehr wenig Social Proof, es wird hier nur drauf eingegangen, auf die Fakten, auf die Vorteile, ja, aber diese ganzen psychologischen Faktoren, die werden einfach nicht berücksichtigt, wie gesagt, Thema Social Proof ist wichtig für das Vertrauen, für den Vertrauensaufbau, aber vor allem gibt es auch noch andere Trigger, zum Beispiel, ja, Verknappung, mit der man arbeiten kann, ja, man könnte sagen, dass das hier ein begrenztes Angebot ist, dieser Streichpreis an sich, natürlich, der schockt hier jetzt keinen mehr, von daher, ja, muss man da schauen, dass man einfach generell erstmal ein besseres Angebot hat, dass man schaut, okay, wenn du mehr kaufst, wenn du zum Beispiel zwei Taschen kaufst, dann sparst du was, also dieses typische Bundling, aber man kann auch sagen, kaufe irgendwie eine Tasche und bekomme das gratis dazu, ja, aber wie gesagt, dieser Streichpreis an sich, das ist kein gutes Angebot mehr heutzutage, da kann man auf jeden Fall schauen, dass man ein besseres Angebot hat und, ja, grundsätzlich, wie gesagt, ist dann auch nochmal das Thema Verknappung ein Thema, wenn man sagt, hey, das ist begrenzt, ja, wir haben schon sehr viel Nachfrage, es kann jederzeit sein, dass dieses Angebot nicht mehr existiert, also beeile dich quasi, ja, kaufe jetzt schnell ein, bevor das Angebot weg ist, ja, das kann auch helfen, nochmal die Conversion Rate zu steigern, aber das alles sind so Sachen, die würde ich hier definitiv verbessern, also hier gibt es ziemlich viel, was man verbessern kann und immer wieder sage ich auch, das ist dann auch wieder eine Chance für andere Leute, die es einfach besser machen, ja, also wenn du jetzt so eine Tasche verkaufen möchtest, ja, ich gehe jetzt auch nicht darauf ein, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ja, aber grundsätzlich, wenn du diese Tasche verkaufen möchtest, kannst du ja auf jeden Fall es schon mal viel, viel besser machen als dieser Online-Shop, ja, das soll jetzt kein Hate sein oder kein Front an diesen Online-Shop-Betreiber hier, weil wenn man anfängt, zum Beispiel auch ohne externe Hilfe, kann es durchaus sein, dass man erstmal viele Fehler macht, ja, und manchmal ist es dann auch schwer, die eigenen Fehler dann irgendwo zu sehen, weil man keine Erfahrung hat, aber grundsätzlich kann man das hier auf jeden Fall viel besser machen und dadurch natürlich dann auch die Käufer eher zu sich holen. Gehen wir mal weiter, einen weiteren Shop können wir definitiv dann nochmal analysieren, wir haben jetzt hier einen Shop, Acala oder Aquala, ja, generell den Namen erstmal finde ich ein bisschen komisch, hier bei diesem Produkt würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich einen Namen verwenden würde, der generell auch zu dem Produkt passt, generell zu dieser Nische, ja, oder halt einfach einen allgemeineren Namen, ja, ist auch möglich, aber der sollte schon irgendwo so in das Feminine gehen, aber jetzt nicht irgendwie so einen Namen wie Acala, das passt nicht so gut, ja, also grundsätzlich den Namen finde ich erstmal nicht so gut, sonst, ja, wenn wir jetzt hier runter gehen, das kann man auch besser lösen, also hier diesen Abstand, das kann man innerhalb von Shopify auch so einstellen, dass der geringer ist, ja, dass man hier nicht so einen weißen Balken hat quasi, sondern man kann das auf jeden Fall reduzieren und, ja, hier stelle ich dann auch erstmal fest, irgendwie ist hier der Text auf Englisch, so wie wir es gerade hatten mit der Variante, ist das jetzt hier auf Englisch, ich gehe mal davon aus, dass das Theme irgendwie auf Englisch eingestellt ist, da der Text generell hier nicht übersetzt wurde, aber das muss natürlich dann, wenn man im Dachraum verkauft, das muss natürlich dann angepasst werden. Ansonsten, ja, auch der Name ist ein bisschen langweilig, magnetische Wimpern, ja, da sollte man sich dann auch etwas Kreativeres einfallen lassen, was sich halt besonderer anhört, vielleicht auch als andere Wimpern, ja, sodass man sich mit dem Namen vielleicht abhebt, aber wie gesagt, es soll sich einfach nach einer Brand anhören und einfach nur magnetische Wimpern hört sich da einfach zu langweilig an. So, dann haben wir jetzt hier nochmal ein paar Punkte, ein paar Vorteile, ja, das passt, das, wie gesagt, das kann man so machen, das kann man oben im Hellerbereich so einfügen, hier haben wir dann noch zwei Varianten und hier beispielsweise haben wir jetzt hier so ein Bundle, ja, grundsätzlich haben wir ein Offer, kaufe eins, bekomme eins gratis, wir haben aber auch ein Offer, kaufe zwei, bekomme zwei gratis, ja, das heißt, wir werden hier nochmal motiviert, ein weiteres Angebot wahrzunehmen, beziehungsweise einfach mehr zu kaufen, das ist eine gute Sache, so, da kann man einfach den Warenkorbwert steigern, das ist auf jeden Fall schon mal ein besseres Offer an sich, ja, vor allem das Offer, kaufe eins, bekomme eins gratis, aber was ich hier sehe, also wie gesagt, das ist hier auf Englisch eingestellt, das muss man auf jeden Fall ändern, hier ist wieder ein, ja, ein dynamischer Checkout-Button, ja, und diesen Checkout-Button sollte man definitiv entfernen, damit dieser hier mehr zur Geltung kommt, ja, weil sonst könnte es sein, einfach nochmal zur Erklärung dazu, sonst könnte es einfach sein, dass jemand denkt, dass man nur mit Shoppay zum Beispiel jetzt hier in dem Fall zahlen kann, ja, man muss immer davon ausgehen, dass die Leute sich vielleicht nicht so gut auskennen, ja, wenn sie das kaufen und dann muss man das einfach so leicht wie möglich machen und dann zum Beispiel mit einem Button arbeiten oder halt generell dann nochmal hier drunter die ganzen Optionen einblenden, ja, mit einem Bild, zum Beispiel Klarna, Paypal und so weiter und so fort, damit man Bescheid weiß, was es da so gibt, ja, wenn wir jetzt hier reingehen, da haben wir jetzt zum Beispiel so einen Klapper rein, den man nutzen kann, das finde ich immer vorteilhaft, weil hier hat man dann generell einfach, ja, die Information auf einen Blick und derjenige, der die Information haben möchte, der kann hier einfach reingucken, hier, wenn wir jetzt hier reingehen, hier haben wir die Bilder, ja, die Bilder haben eine wirklich sehr, sehr schlechte Qualität, die sind, ja, stark verpixelt, aber es wird auch einfach nicht gut dargestellt, ne, also, einfach nur zur Erklärung nochmal zu den Bildern, wenn ihr, wenn sich jemand die Bilder anschaut im Online-Shop, dann sollte er das Produkt einfach nach diesen Bildern schon weitestgehend verstanden haben, ja, also er sollte verstanden haben, was ist das überhaupt für ein Produkt, ja, was hat das für Vorteile, wie wendet man dieses Produkt an, also es gibt mehrere Sachen, die der Kunde ja natürlich verstehen haben muss, damit er dieses Produkt auch überhaupt kauft, ja, und diesen ganzen Prozess, den kann man sehr gut in Bildern zusammenfassen und wie gesagt, merke dir einfach, wenn der Kunde sich deine Bilder anschaut im Shop, sollte er das Produkt weitestgehend verstanden haben, das heißt, man kann hier wieder mit Schriften arbeiten, ja, man kann hier mit Vorher-Nachher-Vergleich arbeiten, wo man dann sagt, hey, guck mal, ohne Magnetwimpern, mit Magnetwimpern, damit man das Ergebnis einfach viel besser darstellt, weil, warum kaufe ich denn ein Produkt? Weil ich ein Ergebnis haben möchte, ja, und in dem Fall hier kaufe ich dann ja die Magnetwimpern, weil ich einfach, ja, super schön aussehen will, ja, und aus keinem anderen Grund, und deswegen sollte man das auch gut darstellen, wie das ohne aussieht und wie das mit aussieht, also eine Transformation quasi, und mit dieser Transformation kann man dem Kunden das auch viel, viel klarer machen. Hier sehen wir jetzt den Frühlings-Sale, der ist jetzt hier irgendwie lost in space, sag ich mal, das ist, das kann man auf jeden Fall woanders platzieren, wenn man so eine, das soll ja jetzt hier für FOMO sorgen, ja, so Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, also die Angst, das Angebot zu verpassen, also, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Form von Verknappung einfach, aber das Ganze sollte man dann, wenn dann oben platzieren, also wenn dann hier irgendwo, dass man dann auch sieht, okay, das Angebot gilt wirklich nur heute, ja, hier unten ist es ein bisschen lost. Sonst, wenn man jetzt weitergeht, hier haben wir zum Beispiel jetzt ein GIF, wo man sieht, wie einfach man das Produkt nutzen kann, das finde ich nicht schlecht, vor allem bei solchen Produkten, ja, die halt eine gewisse Anwendung erfordern, ist es auf jeden Fall gut, wenn man das mit einem GIF dann einfach mal kurz zeigt, wie einfach das denn geht, ne, Schluss mit dem Kleber, hallo magnetische Wimpern, das passt soweit, ja, vergiss den nervigen Kleber, unsere magnetischen Wimpern, verwandel deinen Look sofort, ja, jetzt hier sieht man natürlich, gut, der Text ist jetzt nicht optimal, hier sind viele Wiederholungen, ja, Wimpern, Wimpern, Wimpern und so weiter, also das ist ein bisschen zu viele Wiederholungen, das sollte man auf jeden Fall nochmal verbessern, aber grundsätzlich ist es hier auf jeden Fall schon mal kürzer gehalten als bei dem anderen, das ist einfach ein wichtiger Punkt, ja, natürlich kann man auch wiederum hier mit Bullet Points arbeiten, wo man einfach ganz klar erklärt, wie, was für generelle Vorteile das Produkt hat, ja, hier sehen wir dann nochmal ein GIF, sehen dann hier, wie einfach wiederum die Anwendung ist, genieße die Einfachheit von genannten magnetischen Wimpern, so, aber was mir hier fehlt, wiederum, also wir sehen, hier ist es auf jeden Fall von der Länge her okay, aber was hier wieder fehlt, wir haben hier zwar Testimonials, sorgt wiederum für Social Proof, ja, aber besser wäre es zum Beispiel noch mit Bildern zu arbeiten, wenn man sagt, hey, das sind unsere Kunden, hier, schau mal, die sind alle happy, die haben alle schöne Wimpern jetzt, ja, durch unser Produkt und vorher-nachher-Vergleiche, ja, also was ist die Transformation, wie sieht es vorher aus, natürlich sehen wir jetzt hier bei den Leuten, ja, so ein Vorher-nachher-Vergleich, klar, es ist vorher, also wenn sich das jetzt abzieht, sieht es halt vorher kahler aus, aber man könnte es, wie gesagt, besser mit einem Bild präsentieren, also links vorher, rechts nachher und dann hat man es ganz klar auch in einem hochauflösenden Bild, so dass man das noch viel besser sehen kann, ne, sonst haben wir hier nochmal FAQs, Fragen, ja, die man zum Produkt haben könnte, generelle Einwände, ja, so reißen die meine echten Wimpern aus, sind die schwer zu entfernen, wasserfest und so weiter, also das ist schon ganz gut gemacht, ja, was ich aber definitiv noch machen würde, ich würde hier noch eine Bewertungs-App installieren, ja, damit man halt nochmal mehr Social Proof hat, generell, wie gesagt, man hat auch immer die Möglichkeit, dann noch generell Kunden zu zeigen, wenn die Möglichkeit besteht, dann sollte man sowas auf jeden Fall machen, hier bei dieser Seite sehe ich vor allem sehr, sehr viel Potenzial, hier im Header-Bereich, ja, also generell sollte das Ganze erstmal vernünftig übersetzt werden, dann sollten die Bilder auf jeden Fall überarbeitet werden, weil so reicht es auf gar keinen Fall aus, das sollte hochwertig aussehen, ja, das sollte generell auch wieder den Eindruck erwecken, dass es sich um eine Brand handelt hier und da, ja, ist es einfach nicht gut genug, die Bilder sind verpixelt und da sollte man auf jeden Fall die Bilder dann selber nochmal bearbeiten, beispielsweise bei Canva, ja, aber so von der Struktur her ist es erstmal in Ordnung, hier oben könnte man wieder mit Verknappung arbeiten, das Offer an sich kann man so nutzen mit so einem Bundle und wie gesagt, hier der Add-to-Card-Button, das sollte man definitiv auch machen, noch mal den Warenkorb gucken, hier auch wieder, hier steht auch nur Card, ja, da könnte man auch dann zum Beispiel schreiben, dein Warenkorb oder hier unten könnte man dann auch natürlich dann nochmal schreiben, kostenloser Versand inklusive Mehrwertsteuer und nicht irgendwie, dass da noch Versand zugerechnet wird, das sollte man dann auch ändern, ja, generell sehen wir das dann hier auch nochmal, wenn denn der Versand überhaupt kostenlos ist, also wenn der Versand natürlich nicht kostenlos ist, kann man das so lassen, aber wenn der kostenlos ist, dann solltet ihr das immer ändern, hier steht es zum Beispiel kostenloser Versand, ja, und hier steht Shipping calculated at checkout, also es stimmt dann nicht, auf jeden Fall hier dann nochmal schreiben, dass es kostenlosen Versand gibt, na, also hier können wir gerne auch nochmal reinschauen, hier steht jetzt auch nur das, wenn ich jetzt das Ganze hier in den Warenkorb packe, dann steht hier auch wieder inklusive Steuern, Versand und Rabatte werden beim Checkout berechnet, stimmt ja gar nicht, weil, also klar inklusive Steuern stimmt, aber der Versand an sich, der ist ja kostenlos, also der wird dann nicht mehr berechnet und das sollte man auf jeden Fall auch hier kommunizieren und hier steht auch jetzt kaufen, jetzt kaufen sollte man auch nicht verwenden, sondern eher jetzt sicher zur Kasse, ja, weil man kauft da ja jetzt nicht, sondern man geht erstmal in den Checkout Prozess, deswegen sollte man jetzt sicher zur Kasse wählen, weil sich das einfach besser anhört und dort dann die Conversion besser sein wird, ja. So, zwei Shops haben wir jetzt hier geschafft in diesem Video, grundsätzlich, das ist das, was ich immer sage, das sind Online-Shops, die haben noch, ja, einen Verbesserungsbedarf, wie gesagt, der eine designtechnisch geht gar nicht, ja, muss man noch viel ändern, hier passt es schon eher auch von den Farben her, aber hier gibt es dann noch viele Bilder, die man ändern kann, generell von den Inhalten, Social Proof kann man hier noch viel, viel aktualisieren oder generell hier noch eine Bewertungs-App installieren, also das ist halt der Grund, warum ich sage, Leute, es gibt eine so unfassbare Chance heutzutage, die Chance ist so groß, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Online-Shops, die ja einfach generell nicht gut aufgebaut sind und genau da kann man sich dann einfach abheben, also das heißt, die Leute werden halt einfach fast gar nichts verkaufen, also mit so einem Online-Shop, wie gesagt, no front, aber diese Online-Shops werden nicht viel verkaufen, weil es einfach nicht, auch psychologisch gesehen, verkaufspsychologisch gesehen, nicht gut gemacht wurde und genau da sehe ich immer die Chance, weil viele Leute mal sagen, ja, es gibt so viele Online-Shops, ja, die Chance, die ist schon nicht mehr da, irgendwie mit E-Commerce Geld zu verdienen, das ist alles Bullshit, ja, also wie gesagt, ich sehe jeden Tag solche Online-Shops, die man halt auch generell dann verbessern kann, hier zum Beispiel hatte ich jetzt noch weitere rausgesucht, wo man auch sehen kann, hey, guck mal, das war es jetzt hier am Shop, ja, wie du siehst, ist jetzt auch nicht besonders gelungen, hier auch, ja, ist jetzt auch nicht besonders, kann man definitiv auch besser machen, hier fehlt auch einiges an Social Proof wieder, also das ist das, was ich meine, ja, also man hat hier viele Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern und, ja, deswegen, die Chance ist immer noch da, die Chance ist immer sehr, sehr groß aufgrund solcher Sachen, es gibt natürlich noch andere Sachen, die man beachten muss, wenn man sich den eigenen Online-Shop aufbaut und wenn du sagst, hey, ich möchte das Ganze professionell machen, ich möchte keine Fehler machen, von Anfang an alles richtig machen, sodass ich schnellstmöglich profitabel bin, dann melde ich gerne bei uns für ein kostenloses Erstgespräch, den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt, wenn du auch den Kanal abonnierst, um weitere Videos nicht zu verpassen, wir sehen uns beim nächsten Mal, dein Olli, ciao.